Hallo und herzlich willkommen, ich bin Samet Jackson von Android TV. Ja, und heute ist der große Tag, wo wir auf dem Google-Event sind, wie ihr vielleicht im Hintergrund schon sehen könnt. Der ist jetzt gelaufen und ja, es sind jede Menge neue Geräte geworden. Und wir haben jetzt hier einen Interviewpartner von Google München gefunden. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, was heute noch so genau passiert ist und welche Fragen ich jetzt gleich stellen werde, dann bleibt dran, denn nach einem kurzen Break geht es los. So, und da bin ich auch schon eingeladen von Google, das habe ich ja schon erwähnt. Und im Gespräch hat Dr. Wieland Hohlfelder, Engineering Director and Site Lead Google Germany. Erstmal Hallo und was verbirgt sich denn hinter dem tollen Titel? Hallo, ja, ich bin verantwortlich für das Google Entwicklungszentrum, was wir in München haben, wo wir mehr als 400 Softwareentwickler haben, die an allen möglichen Softwareprodukten für Google arbeiten. Und das mache ich seit acht und ein halb Jahren. Ich habe hier das Entwicklungszentrum aufgebaut und wir wachsen stetig weiter und haben ganz viele spannende Themen. Von Chrome, wo wir die V8 JavaScript Engine für Chrome entwickeln, über Datenschutz, wo wir sowohl für Chrome als auch für die Google-Produkte die Datenschutzunterstützung machen, bis hin zu sogenannten Corporate Engineering-Themen, wo wir interne Unternehmens-Tools entwickeln oder auch Entwicklungstools für Google-Entwickler, mit denen Google-Entwickler unsere Software entwickeln. Aha, das heißt also jetzt die jüngst vorgestellte Software Google Allo, der kleine Messenger, der ja schon den Google Assistant, eventuell Google-Genau-Nachfolger, sage ich jetzt einfach mal, mit integriert hat, also der intelligente Google Assistant auf Deutsch, der wird dann wahrscheinlich einen Münchner Akzent in Zukunft haben oder nur verstehen? Ja, nein, nicht ganz, weil da wird tatsächlich nichts dran entwickeln, denn Google Allo wird tatsächlich hauptsächlich Mountain View entwickeln. Okay, sind wir aber eigentlich schon beim Thema, nämlich heute wurden ja einige Dinge vorgestellt, ich glaube sogar, war das in San Francisco Mountain View? Ja, okay, war der Haupt-Event. Wir sind hier in Berlin, der Deutschland-Event, der hier stattgefunden hat, da wurde auch das Ganze übertragen und viele neue Produkte wurden vorgestellt. Möchten Sie vielleicht einfach mal beginnen, wir waren ja schon beim Du, Entschuldigung. Genau. Möchtest du vielleicht einfach mal beginnen, was denn alles so schönes in Mountain View vorgestellt wurde und was wir davon hier in Deutschland zu erwarten haben? Genau, also heute ist ein ganz besonderer Tag für Google, der Event heißt Made by Google und was wir heute angekündigt haben, ist, dass wir wirklich uns intensiv um Hardware-Produkte kümmern für unsere Nutzer und im Rahmen dessen haben wir eine eigene Hardware-Organisation innerhalb von Google gegründet, die diese gesamten Produkte, die wir heute vorgestellt haben, auch entwickelt und dafür verantwortlich ist. Und die Produkte, die wir vorgestellt haben, ist zum einen das Pixel Phone, Pixel Phone made by Google, hier haben wir es und das ist ein ganz, ganz fantastisches Gerät, das hochqualitativ ist und die Produkt-Experience optimiert. Ich kann es auch mal schnell noch anmachen, dann sieht man so ein bisschen, wie es aussieht. So, hier sieht man es. Und wir haben uns wirklich das Thema angenommen, wir wollen die beste Google-User-Experience an unsere Nutzer heranbringen und dazu reicht es nicht nur, super Software zu schreiben, sondern dazu müssen wir auch sehr, sehr gute Hardware machen und das ist das, was Pixel vereint. Unsere Kernexpertise im Bereich Machine Learning, Machine Intelligence plus eine extrem gute Hardware, damit können wir den Google Assistant auch eben auf dieses Telefon bringen. Das ist einer der vielen, vielen Merkmale, die in dem Telefon sind. Daneben haben wir noch eine ganze Reihe anderer Produkte angekündigt. Für den deutschen Markt wichtig ist der sogenannte Daydream View. Der ist eine Virtual Reality Brille, die mit diesem Pixel-Telefon arbeitet, mit allen Daydream-Ready-Phones, wie wir sie nennen, arbeitet. Pixel ist das erste Daydream-Ready-Phone und dieser Viewer wird auch in Deutschland verfügbar sein. Und das dritte Gerät, was wir in Deutschland bekommen werden, ist der Chromecast Ultra, die nächste Generation für Chromecast, mit dem Sie alle Ihre Inhalte vom mobilen Gerät auf den großen Bildschirmen streamen können. Und das Neue im Chromecast Ultra ist, dass das Ganze in 4K-Auflösung passiert, HD mit einem noch deutlich besseren Start-Up von 1,8 Mal schneller, dass die Videos tatsächlich anfangen zu streamen, bis hin dazu, dass wir auch jetzt eine Ethernet-Buchse mit anbieten, damit Sie also auch, wenn die WLAN-Verbindungen nicht ganz so gut sind, die optimale Performance bekommen. Okay, jetzt muss ich doch nochmal ein bisschen wieder ausholen und ein bisschen wieder zurückgehen. Wir haben angefangen mit den beiden Google Pixel-Smartphones, also einmal Google Pixel und Google Pixel XL. Die werden also beide in Deutschland gelauncht ab? Die werden ab heute, kann man die bestellen. Ja. Und zwar über zwei Kanäle. Das eine ist der Google Store. Ja. Und das andere ist die Deutsche Telekom, die wir als exklusiven Vertriebspartner gewinnen konnten. Und ab heute können wir sowohl bei der Deutschen Telekom als auch beim Google Store diese Telefone bestellen. denn ausgeliefert werden Sie ab dem 20. Oktober. 20. Oktober. Okay, ich habe mir hier auch gerade mal noch die Preise aufgeschrieben, die sind vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Wir haben also einmal beim Pixel, gibt es mit 32 GB und mit 128 GB. Ganz genau. Kostet 759 und 869 Euro. Und das Pixel XL, also mit dem 5,5 Zollen, ich glaube sogar ein Quad-HD-Display hat es sogar. Ja. 899 Euro für die 32 GB und 1009 Euro für die 128 GB. So ist es, ganz genau. Jetzt haben wir ja gerade schon erwähnt, made by Google ist das große Ding. Das ist aber nicht bei Google selbst hergestellt, oder doch? Wir haben den gesamten Prozess Design, Engineering in-house gemacht. Das heißt auch das Industrial-Sein des Telefons. Man sieht hier hinten wunderschön dieses Glas. Das ist auch Gorilla-Glas. Auf der Rückseite des Telefons oben, was dem Telefon eine deutlich bessere Performance gibt, wenn es um den Empfang geht, auch um NFC-Performance geht, bis über das brushed-aluminum-Gehäuse, das Metallgehäuse, die Rundenkanten. Das ist alles komplett bei uns, von unserem Hardware-Team designt. Und dann haben wir einen Contract Manufacturer, der das Ganze nachher am Ende gebaut hat. Ich glaube, es könnte HTC sein. Es könnte durchaus HTC gewesen sein und es ist es tatsächlich auch. Aber der Unterschied zu früheren Projekten, zum Beispiel Nexus, wo die Hersteller die Führung, was Design und Manufacturing und Engineering anbelangt hat, ist wirklich dieses Telefon von unserem Hardware-Team komplett mit allen Sensoren, mit allen Komponenten durchdesignt. Ein ganz, ganz wichtiges Feature ist die Kamera. Die beste, derzeit auf dem Markt erhältliche Smartphone-Kamera. Und einer der Gründe, warum es wichtig ist, dass wir wirklich sowohl die Software als auch die Hardware an der Stelle machen, ist genau Dinge wie zum Beispiel Image Quality, also Bildqualität. Wenn wir die Kamera mit intelligenter Google-Software verbinden, dann kriegen sie noch bessere Imagequalität, die sie sonst nur anhand der Hardware-Kamera gar nicht bekommen können. Damit ist jetzt letztendlich vielleicht auch schon die Frage beantwortet, die ich jetzt gar nicht gehabt hätte. Warum nicht mehr Nexus, sondern Pixel? Das heißt, das war jetzt eigentlich letztendlich schon die Antwort darauf, dass bei Nexus halt doch schon tatsächlich die OEM-Partner mehr oder weniger das Design und so weiter erstellt haben. Und das passiert jetzt also bei Pixel-Modellen in Zukunft nicht mehr, sondern da hat Google letztendlich die Hand drauf. Genau. Und der Unterschied ist so ein bisschen der, dass wir bei Nexus versucht haben, die Fähigkeiten von Android darzustellen, umzusetzen und den Markt so ein bisschen an der Stelle Anreize zu verschaffen, was mit Android alles möglich ist. Und dazu war der Ansatz mit unseren Partnern genau der richtige. Hier ist jetzt nicht mehr nur Android im Vordergrund, sondern tatsächlich Google. Und dazu müssen wir noch eine Ebene tiefer gehen. Und deswegen haben wir uns entschieden, selber jetzt auch als Hardware-Hersteller in den Markt zu gehen. Ich muss noch mal ganz kurz ansprechen, weil wir haben schon darüber gesprochen, Preise. Ich weiß schon, im Vorfeld wurde ja schon so ein bisschen diskutiert und gemutmaßt und das kommt auch ungefähr mit den Preisen so hin. Woran liegt denn das, dass das A, die deutschen Preise einfach mal knapp 100 Euro drüber liegen oder 100 US-Dollar, wie man mag. Und zum anderen war ja ein Nexus-Smartphone mal bekannt dafür, dass es ein bisschen preiswerter ist. Das ist ja jetzt hier einfach nicht mehr der Fall. Also bei 1.009 Euro Maximum haben wir ja schon einen Bereich erreicht, der sonst nur in Cupertino gerne publiziert wird. Woran liegt denn das? Nein, das liegt erstmal daran, dass extrem hochwertige Komponenten verbaut sind und deswegen natürlich das Gerät auch entsprechend teurer werden muss. Der Unterschied zwischen den US-Preisen und den deutschen Preisen liegt einfach an Importzöllen. Hier haben wir die Mehrwertsteuer bereits im Preis eingerechnet. In den USA kommt die Mehrwertsteuer immer erst hinten drauf, je nachdem, in welchem Staat die Telefone verkauft werden. Das sind die Hauptunterschiede, warum die Telefone hier einen kleinen... Dann haben wir schon gesagt, außer dass es auch den Google Assistant drauf hat, ist es auch Daydream-Ready, das erste Daydream-Ready, weil es gab mal einen Hersteller aus China, ZTE, der hat auch sein Smartphone als Daydream-Ready tituliert gelogen, übertrieben. Es gab ja noch keinen Daydream-View und das Zertifizierungsprogramm wird von uns natürlich kontrolliert. Das ist das erste Daydream-Ready-Phone. Okay, habt ihr gehört, ja. Genau. Amtlich. Was macht das aus, das Daydream-Ready? Entschuldigung. Ja, da gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe von Sensorik, die im Telefon verbaut ist. Die Latency, was die Bildwiedergabe anbelangt, muss entsprechend niedrig sein, damit Dinge wie zum Beispiel die Kopfbewegung schnell genug abgebildet werden kann, damit die User-Erfahrung wirklich top ist. Dann haben wir den Controller, der muss bestimmten Standards entsprechen, der Gyro, die Knöpfe, die an dem Controller vorhanden sein müssen, damit die Daydream-Applikationen eben auch benutzt werden können. Alles das sind Dinge, die in der Spezifikation... Aber es gibt jetzt keine Hardware-Liste, wo man sagen kann, also beispielsweise da muss jetzt eine Snapdragon 821 Minimum drin sein, so wie es jetzt hier in den beiden Smartphones der Fall ist. So etwas gibt es erstmal nicht. Es gibt eine Liste von Spezifikationskriterien, an die sich die Hersteller halten müssen und die können wir gerne entsprechend weiterleiten. Das wäre nett, denn das wird die Zuschauer bestimmt interessieren. Ganz genau. Weiterhin zu der Brille, die soll 69 Euro... Nee. 69 Euro. 69, ja, hier steht es auch, und im November rauskommen. Ganz genau. 69 Euro kosten. Wenn ich es richtig mitbekommen habe... Ja. Weihnachtsgeschenk. Ein Pixel-Phone mit dieser Brille, die werden komplett zufrieden. Leider... Das ist jetzt nämlich meine nächste Frage. Bleibt es bei der Daydream-Brille oder... Also funktioniert die nur mit den Pixel-Smartphones oder wird die auch mit anderen Smartphones funktionieren? Die wird auch mit anderen Smartphones funktionieren. Weil ich habe gesehen, die muss nicht per USB angeschlossen werden, ne? Nein. Was ist das denn? Wifi-Direct oder... NFC. Ja, die hergestellt, aber die Daten werden ja nicht über NFC. Die werden natürlich über das Telefon, über entweder Wi-Fi oder LTE. Nee, das ist egal. Und der Controller über Bluetooth? Der Bluetooth-LTE. Ah ja, okay. Ja, haben wir Daydream erstmal auch so weit. Dann kamen, wie gesagt, noch ein paar andere Dinge, die auch bei dem Chromecast eine wichtige Rolle spielen, finde ich. Denn wir hatten ein Produkt, also Chromecast, klar, Ultra haben wir eben schon angesprochen. 4K kommt im Laufe des Jahres, habe ich gehört. Genau. Auch 79 Euro. Nicht auch, aber 79, genau. Entschuldigung. Und eine ganz wichtige Komponente war ja Google Home gewesen. Ja. Gerade nachdem jetzt der Mitbewerber Amazon ganz kurz vor ja in Deutschland und England seinen Sprachassistenten rausgebracht hat, ist es natürlich umso interessanter. Alle warten jetzt und sagen, ja, kaufe ich mir das Amazon-Ding oder kaufe ich mir lieber den Google Home. Weil der wurde ja schon auf der Google I.O. vorgestellt. Und klar, alle haben mehr oder weniger ein Google-Ökosystem. Und darauf basiert das Ding ja auch extrem. Auch auf dem Chromecast. In der Demo haben wir ganz toll gesehen, hat er also über den Google Home praktisch seinen Fernseher gesteuert, an dem der Chromecast dran war. Ganz genau. Nun wurde der jetzt erstmal heute nicht mit einem Preis und einem Datum versehen. Wie sieht es denn damit aus? Für Deutschland nicht. Wir bringen ihn zuerst in den USA, ausschließlich in den USA. Ja. Und werden ihn nächstes Jahr dann auch nach Deutschland bringen. Okay. Preis gibt es schon? Preis in Deutschland gibt es noch nicht. In den USA wird er 129 Dollar kosten. Aber einen Europreis gibt es noch nicht. Nein, gibt es nicht. Und nächstes Jahr heißt es erste, zweite, dritte, vierte Quartal? Das werden wir mal sehen. Also ich habe von anderer Stelle Frühjahr gehört. Insofern lege ich mich jetzt mal fest, erste Quartal. Aber offiziell kam das jetzt also noch nicht so rüber. Preis durften wir auch noch nicht hören. Aber zumindest kommt er nach Deutschland. Das ist ja eine ganz wichtige Geschichte und eine zentrale Einheit, auf die wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele erwarten. Und ich habe auch schon gesehen, da gab es auch ganz viele tolle Farben noch dazu. Ich will gerade nochmal auf meinen Schnauenzettel gucken, was es denn da noch gab. Google Wi-Fi haben wir gesehen. Ganz genau. Praktisch ein Update mehr oder weniger vom OnHub, der ja ein bisschen schwierig auch, was Deutschland anbelangt, hatte seine Startschwierigkeiten. Ich glaube, ihn gibt es inzwischen von Asus zu kaufen, aber so richtig auch nicht. Und auch nicht gerade günstig mit 379 Euro oder sowas. Keine Ahnung. Also Google Wi-Fi wird deutlich preiswerter und habe ich auch schon gehört, soll es auch nach Deutschland kommen. Wird auch nach Deutschland kommen, auch nächstes Jahr. Den genauen Zeitpunkt haben wir da auch noch nicht festgelegt. Aber vielleicht noch zwei Worte zu dem Google Wi-Fi prinzipiell. Also es ist einfach ein Produkt, was die gesamte Wi-Fi Experience zu Hause praktisch optimiert. Die ganzen schwierigen Dinge. Ich habe bei mir zu Hause sechs Wi-Fi Router stehen, die aufeinander abzustimmen, welcher auf welchem Kanal funkt, über welche SSID. Ich sage mal, ist für den normalsterblichen Nutzer einfach nicht mehr leistbar. Inzwischen ist es aber so, dass wenn man zwei Kinder hat, die alle YouTube und Netflix in HD gucken, dann reicht eben ein Wi-Fi Router im Haus nicht mehr. Und das Besondere an diesem Gerät ist, dass er sich selber konfiguriert, selber optimiert. Ich kann ein Gerät ins Haus stellen, wenn ich eine Wohnung habe, dann reicht das im Zweifel. Aber auch da wird die Performance optimiert. Wenn ich ein größeres Haus habe, kann ich zwei, drei oder vier von diesen Geräten aufstellen. Die merken untereinander, dass sie da sind. Die machen automatisch das sogenannte Roaming von einem Wi-Fi Access Punkt zum anderen, ohne dass ich da irgendwas vorkonfigurieren muss. Und ich habe immer, egal wo ich im Haus bin, die optimale Performance. Und wenn ich dann feststelle, im Keller ist es doch noch nicht so gut, kaufe ich einfach einen weiteren hinzu. In den USA haben wir den Preis mit 129 Dollar angekündigt. Das heißt, das ist durchaus preiswert. Was es jetzt genau in Euro nachher kosten wird, weiß ich noch nicht. Aber das gibt schon eine Richtung vor und die liegt da ein bisschen anders. Gibt es auch schon so eine Timeline? Auch nächstes Jahr. Genauere Timeline haben wir da noch nicht. Der Unterschied, weil du das vorhin noch gefragt hattest, zwischen was OnHub ist und Google Wi-Fi. Google Wi-Fi ist, OnHub ist mehr oder weniger die Nexus Experience. OnHub ist die Google, made by Google Experience. Das heißt, das Gerät ist von der Hardware-Seite bis zur Software-Seite komplett von uns designt und optimiert worden. Ah ja, sieht doch sehr schick aus. So ein kleines, rundes Ding. Der wird jetzt, glaube ich, hier nicht ausgestellt sein. Auch mit einem kleinen LED-Licht. Also ein cooles Teil. Wie im Übrigen auch der Google Home, von dem wir eben gerade schon gesprochen haben. Der war eine Zuschauerfrage, deswegen gehe ich da gerade nochmal drauf ein. Okay, Google. Auch. Zeig mir Bilder von Google Home. Ja, der nämlich auch nicht nur Samsung-kompatibel war, sondern auch Philips Hue, nämlich Licht und Steuer, kompatibel war. Was natürlich gerade für Deutschland eine interessante Geschichte ist, dass die ja hier auch gibt. Ich glaube, sechs Farben oder so was oder acht Farben waren das sogar. Also ein richtig cooles Ding. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Im Grunde genommen sind wir eigentlich auch schon durch alle Geräte durch, die vorgestellt wurden. Eine Sache habe ich allerdings noch. Viele im Vorfeld wurde schon über Andromeda OS geredet. Ein Betriebssystem, was angeblich ein Zwitter von Android oder eine Symbiose aus Android und Chrome OS werden soll. Hatten viele gedacht, wird heute vorgestellt, vielleicht sogar auch neue Geräte. Angeblich ein Pixel 3-Gerät. Wurde nun nicht vorgestellt, auch nicht in San Francisco. Was hat es denn damit auf sich? Müssen wir Angst um Android haben? Wird Android abgelöst von Andromeda OS? Ein Satz noch und dann bist du erlöst. Nein, nein, auf keinen Fall. Also ihr braucht keine Angst haben. Was wir aber gemacht haben, ist in Chrome OS haben wir inzwischen eine Komponente, die heißt Arc++, ARC++. Und die bringt die Android Experience auf Chrome OS. Und damit haben wir genau diese Verschmelzung dieser beiden Ecosysteme. Und das ist jetzt im Beta-Channel und im Developer-Channel von M53 für Chrome OS. Auf den verschiedenen Chrome OS-Geräten, auf dem Pixel 2, auf dem Asus. Dass man praktisch in den Android Play Store rein kann und die Apps installieren kann. Ganz genau. Und damit habe ich jetzt plötzlich von Chrome OS aus Zugriff auf das gesamte Android-Ecosystem. Du als Entwickler kannst jetzt hergehen und eben auch Apps, die in Android entwickelt worden sind, auf dem Chrome OS-Gerät abspielen. Also wir brauchen erstmal keine Angst haben, dass Andromeda OS Android ablöst in der nächsten Zeit. Prima. Dann bedanke ich mich bisher für das nette Interview. Wünsche noch eine schöne Heimreise. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder, spätestens, wenn der Google Home in Deutschland released wird. Schönen Dank nochmal. Danke mit dir. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht uns zu abonnieren. Und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch das davon haben. Voodoo, Voodoo, Chao.